Hallo zusammen, mein Name ist Claudia und ich lebe seit über 25 Jahren mit der Diagnose Hashimoto. Ich war jahrelang mehr recht als vielleicht von meinem Hausarzt eingestellt worden mit L-Tyroxin und hatte mich damit abgefunden, dass es praktisch als unheilbare Krankheit nichts anderes gibt, als das Medikament zu schlucken und gut. Jetzt habe ich mich halt hier vom Gegenteil überzeugen lassen und habe mich hier angemeldet. Ich bin seit gut sieben Wochen jetzt hier dabei und ich muss sagen, ich habe es nicht einmal bereut. Es geht mir viel, viel besser, seitdem ich das hier mitmache. Mein gesamter Stoffwechsel hat sich verbessert, die Verdauung. Ich kann viel besser einschlafen und auch durchschlafen. Ich merke das erste Mal seit Jahren wieder eine erst mal leichte, aber immerhin Gewichtsabnahme. Das ist für mich auch schon mal sehr, sehr viel an Veränderung. Und wo ich halt auch Angst hatte, als mir gesagt wurde, ich sollte das Medikament absetzen oder austauschen, habe ich gedacht, das kann ich nicht. Ich habe sonst sofort gemerkt, wenn ich das Medikament mal vergessen hatte, mir zu besorgen und zwei, drei Tage es nicht nehmen konnte, dass ich immer sonst sofort Schmerzen hatte, als Anzugsentscheidung wahrscheinlich. Und diesmal hatte ich gar keine Schmerzen, keinen Haarausfall, keinen Herzrasen. Also es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich fühle mich hier sehr gut unterstützt von Piedro. Ich kann jederzeit mit allen Fragen in allen Bereichen, bekomme ich Unterstützung bei ihm. Und also es ist wirklich nur toll. Die beste, ja, es ist toll, dass ich das hier gefunden habe und ich habe es nicht einmal bereut. Ich kann es wirklich nur empfehlen.